Für uns wichtig ist, wir müssen zwei Botschaften transportieren. Einerseits, wir sind die industriellen Partner für die Kunden. Also sehr seriös eigentlich, großindustriell Kompetenz ausstrahlen. Andererseits sind wir auch sehr innovativ, Vorreiter. Dieses Spagat zwischen industrieller Fertigung und Innovationsfirma, den wollen wir dementsprechend präsentieren. Ich finde, das Masterstand Design ist großartig. Ich komme mir vor wie auf der Brücke der Enterprise und wie so viele andere Techniker bin ich ein großer Fan. Besonders gelungen finden wir einerseits die sehr gute Sichtbarkeit des Standes. Wir sind von Weitem sichtbar. Es ist die gesamte Faszia speziell designt worden, mit den integrierten Monitoren, mit dem sehr gut sichtbaren 3D-Logo. Das sieht man schon von Weitem. Es ist sehr gut gelungen. Auch die sehr große, sehr schön gelungene Grafik auf einer Seite des Standes, die die Industrialisierbarkeit unseres Verfahrens zeigt, gefällt uns sehr, sehr gut. Und besonders die Demo Desks, die ja mit Beleuchtung sehr gut spielen, die unsere Teile und die Kundenteile sehr gut präsentieren, die finden wir ausgesprochen gelungen. Ich finde, dass das Corporate Design ist sehr schön eingearbeitet. Das Kiertenberg ist eine sehr alte Firma, seit 1860. Aber es schaut hier nach 21., wenn nicht gerade 22. Jahrhundert aus. Also der Stand ist sehr schön. Er ist sehr beeindruckend. Man sieht ihn auch schon beim Eingang von Weitem, was sehr gut ist. Er bringt auch viele Kunden her. Und ja, er ist sehr funktionell aufgebaut. Die Besprechungsecke ist auch sehr, sehr nett. CM Creative hat uns nicht nur beim Standdesign unterstützt, sondern auch das gesamte Full-Service-Package angeboten und auch für uns gemacht. Vom Design einzelner Grafiken, vom Giveaways, vom Pins haben wir das gesamte Programm ausgenutzt und sind auch sehr zufrieden damit. CM Creative bietet ein schönes Gesamtpaket an. Man muss sich eigentlich um nichts kümmern. Alles schaut großartig aus. Wir machen, was wir am besten können. Sie machen, was Sie am besten können. Und die Schnittstelle ist reibungslos. Ja, wir sind zufrieden. Und wir werden unseren Messestand nächstes Jahr mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit wieder von CM Creative gestalten. Und auch die Zusammenarbeit in Richtung Öffentlichkeitsarbeit wahrscheinlich auch noch ausbauen. Musik 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 Musik